Ein weiteres Spielchen gefällig? Ja! Dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ganz wieder viel Eis. Wir brauchen 50 blaue, 50 gelbe und... Ganz viel Stuff auf jeden Fall. Und wir haben auch hier einen Joker, der bietet sich natürlich super. Hm. 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 Und da ist mein Bonus frisch aufgeladen. Oh, und dann kommt leider auch schon der erste große Stein da oben. Die hab ich ja ganz vergessen. Mist. Ja, da nervt das natürlich, weil der erste Blüte im Weg, ne? Hm. Auf geht's sicherer. Ja. heel schön, Übelät eingezu Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe mir gerade überlegt, ich hätte lieber das Eis hier brechen sollen, aber nein, Jule, du warst wieder schlauer und schneller, gell? Ja, ja, nicht überlegen, sondern einfach nur drauflos machen. Boah, Stern, 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 das ist gut. Aber dann hätte ich jetzt gerne da, wo er gerade ist, verdammt! Dann legen wir mal nach oben hin. Ach, ich hätte noch mal wieder was anderes tun können. Ja, ich glaube, das passiert, das ist eh gerade ganz gut. Boah, Stern, Stern. Schauen wir mal, ob ich nicht noch irgendwas... Weil der Stern rennt mir ja nicht davon. Entschuldigung, da kommt der Fire in mir ein bisschen raus. Also, ich habe es einen Rettung. Ja, ich muss da, wo ich's. Ja, ich muss da, wo ich nicht noch was wie ich... Ja, ich werde das. Ja, ich muss das. Warte mal, ich weiß nicht. Ja, ich muss das. Ich muss das. Ja, ich muss das. Ja, ich muss das. Ich muss das. Das war's für heute. 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 Mensch, das geht wirklich nur noch schrittweise. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.